Die Leicester-Fans stehen unter Schock. Der Fußball-Club-Besitzer Vichai Srivadhanaprabha gehört zu den wohl fünf Personen, die im Hubschrauber saßen, der nach einem Spiel am Samstag abstürzte und in Flammen aufging. Er hatte den Klub 2010 gekauft und bis zur englischen Meisterschaft geführt. Bevor er den Klub übernahm, waren wir eine Art Meisterschaftsklub. Wir hofften darauf, in die Premier League zu kommen. Wie man sieht, sind wir zu einem etablierten Premier League-Club geworden. Wir haben den Titel gewonnen, wir waren in Europa. Er hat dem Klub so viel gebracht und den Fans so viel gegeben, für das sie ihn schätzen. Er hat auch in lokale Krankenhäuser investiert. Das geht weit über das hinaus, was die meisten Besitzer von Fußballvereinen tun würden. Er war eher ein Unterstützer als ein Mann des Geldes. Ein richtiger Unterstützer. Er war einer aus dem Volk. Naja, man weiß ja, wo wir standen, als er den Klub kaufte. Wir waren nichts. Ich habe meinen Fanschall mitgebracht. Er ist ein Champion, weil er uns zu Champions gemacht hat. Noch gibt es keine genauen Angaben zur Unfallursache. Zahlreiche Fans legten vor dem Stadion Trikots, Fanschalls und Blumen zu Ehren des Geschäftsmannes nieder. Schlagreiche Fanschall mitgebracht? Ja, ich habe mich nicht zufrieden. Vielen Dank.